Herzlich Willkommen zum diesjährigen BankingCheck Award. Bereits zum zweiten Mal wird der BankingCheck Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4.000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der BankingCheck Awards verholfen. Ich glaube eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Es gibt nämlich noch einen zweiten ersten Platz für die beste Direktbank 2013. Und der geht auch an einen schon heute bekannten. Auch an einen Podiumsteilnehmer und zwar an die GLS Bank. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 153 Bewertungen haben hier den Ausschlag gegeben. 5,8 von 6 Punkten, eine Weiterempfehlungsrate von 99 Prozent und Kunden haben nichts zu bemängeln. Wunderbar. Wir können ja nochmal so ein Zitat hier bringen. Super hilfsbereit beim Telefonservice, alles läuft problemlos. Transparenz beeindruckend. Dankeschön. Das ist doch... Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim BankingCheck Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten BankingCheck Award in 2014. Wir freuen uns auf den nächsten Mal. 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 Vielen Dank.